Ja, hallo mit oh, liebe Nerdlinge. Heute ist der erste offizielle Trailer zu Moon Knight gedroppt. Ja, also auf Disney Plus wird das Ganze ja im März erscheinen. Und wir gucken uns das Teil jetzt direkt mal zusammen an, weil ich bin tatsächlich schon sehr gespannt auf die Serie. Klick, da geht's los. Der Oskar Isaac mit einem Zauberwürfel. Das Schlösser hat sich angekettet im Bett. Okay, geht schon sehr in die Psycho-Schiene. Da erstreckt er sich. Erstmal voll gemault, weil er sich ja festgemacht hat. Also, Schlafwandler vielleicht oder so. Ja, ist auf jeden Fall tagsüber ziemlich müde. Ägypten. Steven, also ist er Steven Grant im Moment. Ja, da haben wir schon mal... Die alte Mumie steigt in den Fahrstuhl. Kontaktlinser verloren. Oh, wieder Spiegel-Thematik, ne? Kennen wir ja schon von Marvel. Mark, jetzt kommt der Mark. Ja, wieso nennt sie ihn Mark? Okay, Ethan Hawke haben wir jetzt hier. Als Bösewicht wahrscheinlich. Alles sehr psycho. Akzeptiere das Chaos. Oh, da kommt das Kostüm. Und das ist kein Mensch, wenn wir das so richtig sehen, was er da verprügelt gerade. Okay. Ab dem 30. März... Da ist er nochmal übers Dach gesprungen. Ja, nice. Und wie üblich startet das Ganze natürlich einfach wieder, wenn wir hier loslegen. So. Ich fand's jetzt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich mein, wer Moon Knight jetzt vielleicht noch nicht kennt, was durchaus natürlich möglich ist, weil er ja im MCU bisher noch gar nicht aufgetaucht ist. Bisher hatten alle Figuren aus der Serie, ja, schon mal irgendwas mit dem MCU zu tun, ne? Die haben dann zwar auch neue Figuren eingeführt, aber die Hauptfiguren... Ja, wir hatten also WandaVision, die kennt man natürlich aus den Avengers. Wir hatten den Falcon und den Winter Soldier, die bekannt waren. Wir haben Loki gehabt und jetzt zuletzt natürlich auch Hawkeye, ne? Die Hauptfiguren waren also immer wieder irgendwelche Leute, die schon im MCU waren. Bei Moon Knight ist das halt noch nicht der Fall gewesen. So. Moon Knight gibt es zum Glück auch einiges hier in Deutschland, ja? Da gab's ein paar großartige Runs, die zum Beispiel Jeff Lemire geschrieben hat, ja? Und da geht's halt um diese Psychothematik, ja? Weil Moon Knight oder eigentlich Mark Spector, wir haben ja jetzt erfahren, dass er Steven heißt, ja? Oder Stevie, hat sie ihn genannt, wird wahrscheinlich dann also Steven Grant sein. Der hat verschiedene Persönlichkeiten, also drei quasi, ne? Er ist einmal Mark Spector, er ist Steven Grant. Steven Grant ist dabei eigentlich so ein Bruce Wayne Millionär Schauspieler Typ. Das ist jetzt hier nicht so gegeben, wenn er irgendwo in einem Museum arbeitet, aber vielleicht entwickelt sich das Ganze ja noch, weil der nämlich eigentlich für die Finanzen zuständig ist bei dem ganzen Thema. Max Spector ist die ursprüngliche Persönlichkeit des Kollegen und der ist halt ein ausgebildeter Söldner, ja? Der hat in Spezialeinheiten gedient und ist halt komplett durchgeknallt. Ja, der ist tatsächlich verrückt. Und damit spielt halt die Moon Knight-Geschichte immer so ein bisschen, weil man nicht immer so weiß, was ist denn da jetzt real, ne? Ja, weil Moon Knight ist, ja, der wird gefördert oder unterstützt von dem ägyptischen Gott Khonshu. Das ist der Mondgott. Und als Max Spector mal in Ägypten war und da übel zugerichtet wurde, ja, da hat dann quasi Khonshu dann auch mal die Kontrolle übernommen und hat ihn zu Moon Knight gemacht. Daher auch dieses übernatürliche Kostüm, ja, was da auftaucht. Er zieht sich das hier nicht an. Eigentlich zieht er sich das schon an, aber die haben das jetzt halt nochmal so ein bisschen aufgepimpt für die Serie. Ich denke mal, das wird an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich zu Kritik führen. Mich stört es jetzt persönlich nicht so sehr. Ja, aber ich meine, wir können ja mal ein bisschen durchklicken. Also wir haben auf jeden Fall Stephen Grant hier, der in seinem Apartment liegt und nicht schlafen kann und dann halt auch diese Hotline dort anruft. Ja, der macht sich halt fest, weil er halt nicht weiß, was er so nachts macht. Ja, der hat sich dann quasi mit irgendeinem Seil am Bett festgebunden und fällt dann dementsprechend auch hin. Was wir beobachten können ist, dass er, also wenn es zusammenhängende Szenen sind, ja, und das dann wirklich darauf folgt, er trägt halt, wenn er dann, also er liegt jetzt im Bett, hat ein weißes Hemd an und spielt mit dem Würfel und wenn er dann wach wird, bin ich jetzt an der Szene schon vorbei, ne, warte mal, da spricht er immer noch mit der Hotline. So, und da wird er jetzt wach, will raus und trägt dunkle Klamotten, ja, während er sich da mault. Ja, das heißt, da kommt dann eben diese Psychenthematik auch schon mal mit rein, weil er dann halt auch vielleicht seine Persönlichkeit gewechselt hat nachts, ja, weil er dann auch vielleicht mal als Moonlight unterwegs war und sich da aber nicht dran erinnern kann, weil er da noch nicht so weit ist und die Persönlichkeiten voneinander getrennt sind. Er hat übrigens auch noch eine dritte Persönlichkeit, wäre schön, wenn die auch noch auftauchen würde, das ist nämlich Jake Lockley, ja, da ist er als Taxifahrer quasi immer unterwegs und hat einen fetten Schnäuzer, ja, das ist so seine, seine Aggro, es ist quasi, kann man vielleicht mit Joe Fixit von Hulk vergleichen, ne, da ist er dann nämlich auch mit unterwegs und, ja, ist dann, ist das halt so für Ermittlungen und um Informationen zu beschaffen. Weil er da halt auf einer anderen Ebene irgendwie unterwegs ist, mit dem Marvel Studios Logo. Und, äh, wir sehen schon mal, der hat halt auch, ähm, ist da in, ich tippe mal auf London mit den Doppeldeckerbussen dort. Ich weiß jetzt nicht, wie es von oben aussieht, ich weiß auch nicht so genau. Ähm, er ist auf jeden Fall, hat er Probleme mit, äh, mit dem Schlaf, ne, deswegen ja auch die Hotline und hier geht er zu einem Museum, wo eine ägyptische Ausstellung ist. Vielleicht bringen sie so seine Origin dann da mit rein, dass er im, im Museum dann wirklich tatsächlich, äh, zu Moon Knight wird, aber vielleicht zieht es ihn da auch anderweitig hin. Das ist jetzt natürlich nur eine ganz, äh, schlimme Vermutung. Haben wir denn da Puzzle, oder was? Ja, das sieht aus wie Puzzle, tausend Teile. Interesting. Ähm, weil er ja halt auch eine sehr verstreute Persönlichkeit hat, von daher passt das schon. Ich mach mal hier mein Mikro ein bisschen runter. Und, äh, da ist er im Lager. Und da haben wir halt auch schon wieder diese Szene mit dem Spiegel gehabt, ja, wo er sich, äh, obwohl erstmal haben wir die hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verpasst habe. Mal klicken das mal durch hier, ähm, ist er da auf jeden Fall im Spiegel. Und sieht dann quasi gleich die, die leuchtenden Augen. Na, kriegt die hier. Na, krieg ich jetzt natürlich nicht rein. Ich muss ihn mal eben kurz laufen lassen, glaub ich. So. Ah, da war einmal dieses Aufblitzen von dem Moonlight Kostüm. Da hat er wohl ein bisschen, äh, was an Erinnerungen reinbekommen. Und, ähm, weiß natürlich überhaupt nicht, was los ist. Da haben wir dieses, dieses Gerät. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Mumie ist, oder ob das Khonshu ist. Ja, dieser ägyptische Gott. Äh, das wird sich dann zeigen. Das konnte man jetzt nicht genau erkennen. Das kann natürlich auch das Vieh sein, wo er dann hinterher drauf rumkloppt. Dass er ihm da die Bandagen weggeprügelt hat. Ja, also spielt auf jeden Fall sehr mit dieser Psycho-Schiene. Ich bin sehr gespannt, was haben wir denn da? Irgendwie was Interessantes. Ne, sieht jetzt nicht so aus. Auf jeden Fall, äh, das ist meine Befürchtung, ist halt ein bisschen, dass das so den, den Mainstream-User oder den Mainstream-Cooker ein bisschen abschrecken könnte, weil es halt wirklich sehr mit der Thematik spielt. Ist er dieser Superheld, ja? Also ist er ein sehr brutaler Superheld auch, wie man ja in der einen Szene dann auch gleich sieht. Ähm, oder bildet er sich das alles nur ein? Und da bietet die ganze Sache natürlich viel Potenzial. Aber ob es dann was für die Leute ist, die dann so ein bisschen Hau-Drau-Action erwarten, müssen wir dann mal sehen. Also ich verspreche mir schon viel davon. Hier haben wir jetzt die Szene mit dem Spiegel, wo er dann weitergeht und das Spiegelbild dann quasi stehen bleibt. Was ja, äh, auch sehr häufig bei Marvel auftaucht, ne? Wir haben das beim Hulk auch, wo dann eben die verschiedenen Persönlichkeiten damit auch dargestellt werden, ne? Weil der Hulk dann sich dann im Spiegel befindet, wenn Banner sich draußen befindet. Und hier haben wir das dann halt auch, dass dann halt seine, seine gespaltene oder seine multiple Persönlichkeit da irgendwie zu sehen ist. So, und da findet er nochmal was, ähm, das Handy halt auch von Mark Spector. Ja, das hat er dann da wohl versteckt. Und, äh, bekommt halt diesen Anruf, wo er dann erfährt, äh, dass er Mark ist. Und erst mal gar nicht weiß, was da los ist. Ich meine, ein großes Apartment hat er auf jeden Fall. So, äh, und weiß, weiß überhaupt nicht, was abgeht, ne? So, und dann taucht hier der Bösewicht auf. Es steht noch nirgends, wo, wer das sein soll. Vielleicht gibt's Gerüchte, ähm, ich hab noch nichts dazu gelesen. Bei IMDb, ähm, hat Ethan Hawke jedenfalls noch keinen Namen. Wenn ich mir das so angucke, die Leute beten ihn an, könnte ich mir vorstellen, dass er Amon Ra ist. Also der Sonnengott, oder die, die aktuelle Inkarnation des Sonnengottes, die ist nämlich in einem Run auch der Gegner von, oder zunächst der Gegner von, äh, Mark Spector. Ja, der hat eine ähnliche Geschichte. Der ist dann halt eben vom Sonnengott besessen, der gegen den Mondgott immer wieder kämpft. Ne, das ist halt auch so eine wiederholende Geschichte, die sich dann, äh, immer wieder wiederholt. Und, äh, die reinkarnieren dann halt immer so abwechselnd und tauchen, treten dann irgendwann gegeneinander an. Äh, könnte jetzt natürlich sein, ne? Weil er ja schon Leute um sich schaut, er hat lange Haare. Äh, das, also, er wirkt auf jeden Fall schon mal sehr wie ein Sektenführer. Und, äh, Amon Ra hat das halt auch gemacht in dem Run. Von daher könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass er das ist. Der kann dann auch so mit Feuer bellen und so. Äh, ich bin sehr gespannt. Der ist aber, wenn ich das hier so sehe, ist der da auch irgendwo in, in, in Deutschland oder Österreich, ne? Wenn wir hier stehen, deutsche Sachen. Bäckerei, Konditorei. Gasthof, Restaurant haben wir hier. Und, naja, gut, hier haben wir dann halt die Klischee-Lederhosen auch mit dabei. Interessant. Äh, vielleicht ist er natürlich auch nur in so einem deutschen Dorf unterwegs. Aber, äh, wenn, wenn Monheit sich in, in England befindet und er da irgendwie unterwegs ist, könnte das natürlich schon was ziemlich Internationales werden. Bin sehr gespannt. So. Dann kommen wir jetzt nochmal, ja gut, da sprechen sie miteinander. Weil, äh, der Typ, der Ra, äh, verkörpert, der hat halt eine ähnliche Geschichte. Der ist auch durchgeknallt, der war auch Soldat. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Bin gespannt. Auf jeden Fall hier, äh, ist er wohl mal wieder zwischendurch Max Spector gewesen. Da geht's rund. Da haben wir natürlich immer wieder dieses ägyptische Motiv mit dabei. Dann, vielleicht, ähm, stammt das dann aus so einer Rückblende. Hier haben wir, äh, jetzt krieg, komm ich wieder nicht genau auf die Szene. Da haben wir auch die Halbmond-Sichel. Ne, das ist ja halt auch das Symbol von, von Moon Knight. Auf jeden Fall sehr interessant. So, und hier kommt jetzt das Kostüm. Das lass ich einmal ganz kurz nochmal laufen. Ja. Und da trischt er auf irgendwas ein, was auf jeden Fall kein Mensch ist. Ich bin sehr gespannt. Und, also, es sieht schon cool aus. Also, ich, es, es hat was. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Vermutungen habt. Und ob ihr Moon Knight überhaupt kennt. Ne, ähm, weil wie gesagt, er ist halt ein Charakter, der so noch nicht aufgetaucht ist. In den Filmen irgendwie. Und von daher ist das schon so ein bisschen so ein Experiment, was sie da machen. Und es ist die Frage, in welche Richtung es dann tatsächlich geht. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze richtig auch Action bietet. Ne, es darf natürlich auch die Psychonummer bringen. Ähm, weil das halt auch wirklich ein wichtiger Part von Moon Knight ist. Ne, weil der ist halt quasi ein durchgeknallter Batman. Ne, äh, damit kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ne, weil der hat auf der einen Seite halt diesen, diesen Millionär. Der ist aber eine andere Persönlichkeit von ihm. Dann ist es halt der ausgebildete Söldner. Ja, und plus dann halt nochmal der Ermittler. Irgendwie. Und das ist halt so die Persönlichkeit von Bruce Wayne nochmal aufgespalten in verschiedene. Und er kann sie halt nicht gleichzeitig benutzen. Äh, und von daher finde ich das, wird das auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber die Action darf nicht zu kurz kommen. Aber wenn ich mir das angucke, äh, wird das auf jeden Fall der Fall sein, dass da genug Action auch zu sehen sein wird. Von daher finde ich das schon vielversprechend, was da passiert. Und am 30. März werden wir dann mehr sehen. Wer sich da über Moonlight in dem Zuge dann auch nochmal ein bisschen informieren möchte. Also es gibt noch einige Comics. Viele Sachen sind allerdings ausverkauft. Aber im März, ähm, bringt Panini schon mal wieder, äh, ein paar Sachen raus. Ein paar ältere auch, die man sich dann durchlesen kann. Den Warren Ellis Run bringen sie im März und im Mai kommen dann auch, ähm, die anderen Runs irgendwie teilweise nochmal als Omnibus, äh, oder Deluxe oder wie auch immer sie es genau nennen. Ähm, ja, da kommen auch nochmal drei dicke Sachen. Und ich glaube, die neue, aktuelle Reihe, die startet dann auch. Also von daher werdet ihr im Umfeld der Serie auch einiges an Material bekommen können, wenn euch Moonlight gefällt. Und die Thematik auch, äh, oder ihr euch einfach dann nochmal ein bisschen einlesen wollt. Also, äh, dafür ist gesorgt. Da steigt Panini richtig gut drauf ein. Hoffen wir mal, dass, äh, das mit Der Devil auch so weitergeht. Ähm, ich freue mich drauf auf die Serie. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch drauf freut. Und ansonsten wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen. Einen Daumen ist natürlich auch gerne gesehen neben den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciaoi.